Was können wir hier machen? Drive-By-Überfall? Nee. Lieferung, Lieferung, Lieferung. Was ist das? Oh, warum nicht? Wir haben nur keine 30 Bier, das ist ein bisschen kacke. Nein, 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 nein. Boss, ich kann Squeaks nirgendwo auftreiben. Ich würde Ihnen könnte etwas zugestoßen sein. Was soll denn das? Unser Squeaky ist weg. Das ist ein Wiki-Wiki. Aha, müssen wir da erzählen. Schicke den Boss los, das ist immer noch Babo, ja. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Hat er das schon zum zweiten Mal gesagt? Ich glaube schon. Aber geh mal los, da rennt er da, rennt er da, rennt er gleich vorbei. Ja, 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 ich warte drauf, dass er vom Auto überfahren wird. Irgendwann geschieht das noch. Hey, wer ist denn das? Oh, hallo. Oh, hallo. Was glaubt. Wow. Wunderschön. Boss, jemand hat gesehen, wie Squeaks von drei Schlägern überfallen wurde. Sie haben ihn in ein Auto gezerrt und unser Viertel verlassen. Äh, äh. Toll. Der hat Pech gehabt, Digga. Was soll ich jetzt machen? Muss ich da jetzt hin, oder was? Hm, 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 hm. Jetzt fangen wir doch mal rein. Ein wahrer Boss hat ein neues Volldreckserrat. Ein wahrer Boss hat kein neues Volldreckserrat. Grabatdown. Ich finde die Musik hammer. Ehrlich. Grabatdown. Job, 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 komm. Was ist denn los? Ist da ja nichts drin, oder was? Genau so wird's gemacht. Ah, doch. Okay, jetzt wird's gemetzelt. Ich kann mir jetzt in meinem Kampf einen auswählen. Ähm, meine Auswahlmöglichkeit ist nicht gerade los, weil einer nicht da ist. Aber wahrscheinlich wird das noch breiter. Okay, hier sind wir zurück im Lagenstil. Und jetzt geht's rund. Mich erinnert das ein bisschen an Schachspielen. Nämlich, oh, oh. Ach ja, wir haben, ja, das kann ich auch erklären. Wir haben hier rote und grüne Aktionspunkte. Oh, die reichen schon mal nicht bis daher. Was soll denn das? Okay, die roten Aktionspunkte sind zum Ballern. Für irgendwelche Baller-Action, wie zum Beispiel hier Knarre, Knarre mit Ziel, nur Ziel und, äh, Muggies oder was das ist. Ne, Magentreffer, also Tritt. Okay. Und die grünen sind zum Laufen. Genau, schauen wir mal, ob da ein Gegner ist. Und wir müssen immer in bestimmten Runden irgendwas tun. Jetzt können wir hier die Runde beenden, dann sind die anderen dran. Was haben wir denn hier? Ja, das ist unser Squeaks, unser Süßer. Der weiß aber nichts davon, hä? Geht auch mal daher. Oh, oh, ich hab einen Gegner entdeckt. Mit einer normalen Attacke anzugreifen. Mach mal doch. Also, ich klicke auf die Knarre. Ich hab die Knarre. Ich will, aber... Ich kann den nicht von hier treffen. Wette ich mit dir, ey. Schau, wer verfehlt. Ja, 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 ja. Also, lauf erst mal. Nein, ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte laufen. Ich kann nicht mehr laufen. Zum Scheißen, oder was? Ein Treffer macht er. Von vier. Also, Runde beenden. Meine... Ey, 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 ey. Ja, komm. Zum Glück, Alter. Zum Glück. Zum Glück. Zum Glück. Was, was, was? Warum? Warum bewegt er sich da? Warum, warum? Nur weil ich weh gedrückt hab, aus Versehen? Okay. Knall den Kerl mal wieder schön. Zeit, deinem Schöpfer gegenüber zu drehen. So. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Kannst du die Knalle wieder einpacken? Okay, wir können die Runde ewig werden. Lauf ich mal ganz vorsichtig hier hin. Da ist anscheinend niemand. Muss ich jetzt mitten im Weg stehen bleiben, weil ich keine Aktionspunkte mehr hab. Muss die Runde beenden. Und kann jetzt hierher laufen. Und ich hoffe, dass hier keiner mehr kommt. Okay. Haben wir's geschafft, ja? Klicke auf dieses Dingens. Ach, ach komm. Kurz davor, ja. Könnte fast nicht sein. Ich hab meinen Kompel Squeaks gefunden. Wenn du ihn retten wirst, wird er... äh, sich die anschließen. Genau. Hopp. Dankeschön. Jetzt haben wir zwei Babos. Und jetzt wird die Sache kompliziert. Jetzt muss man aufpassen. Weil jetzt kommen wieder Gegner, das weiß ich. Das weiß ich. Und ich bin hier jedes Mal verkackt besetzt. Ich schau mal, dass ich das jetzt vielleicht hinkrieg. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Okay. Du? Äh, hier. Gängster, Gängster. Squeaks. Du? Ja, komm, lauf weiter hin. Oder auch nicht. Ja, ist mir egal. Lauf da halt her. Und Squeaks? Du? Nein, nicht du. Alter. Mensch. Bin dran! Oh, 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 oh. Wo ist er denn? Ich hab ihn nicht gesehen. Wo ist der Gangster? Komisch. Ich will mit dem Squeaks... Daher. Haben wir hier schon in Deckung. Das ist ein bisschen nervig, dass das so... Also für mich ist das zu nah am Geschehen. Ich würde gerne noch weiter weg gehen. Okay. Jetzt haben wir mit Squeaks noch ein bisschen Action. Können wir da hin? Nein. Können wir da hin? Nein. Können wir da hin? Nein. Scheiße. Okay, beenden wir die ganze Scheiße hier. Seid es anzugehen. So, mit dem können wir vielleicht da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Da hin kommt er locker. So. Ah, ist das eklig. Mensch. Daran müssten sie vielleicht noch ein bisschen arbeiten, weil das finde ich echt eklig. So, okay. Ich sehe keinen. Kannst du da noch her? Kannst du da her? Geh da her. Da ist auch keiner. Alles klar, wir haben nichts mehr. Ich könnte mir vielleicht höchstens... Ja. Ja, komm. Und noch. Ah, nee, wir können sie nicht mehr benutzen. Warum denn nicht? Dann gehe ich mit dem mal... Nein, nicht du was. Warum du? Ich wollte mit dem Squeaky weg. Ähm, nein, runterbeenden. Bin dran. So, jetzt... Möchte ich mit dir. Daher. Komm, lass da kein stehen. Da ist ja einer. Jetzt haben wir ihn doch. Okay. Okay. Der kann ein bisschen zielen. Und... Bisschen nah kam wahrscheinlich. Ja, genau. Nee, Verteidigungshaltung. Ja, okay. Gegen eine Waffe. Weiß nicht, ob das so wirksam ist, aber... Aber gut, kann ich den schon treffen? Trifft zu 61%. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Hm. Hier, warum denn? Und nochmal. Komm. Und nochmal. Nö, schade. Okay, abbrechen. Wo kommt der zweite Kaschprung her? Aua. Aua. Okay, dann gehst du, Babo. Kann der irgendwie hierher? An die Ecke oder so? An die Ecke oder so? Und dann möchte ich von dir einen richtig schön gezielten Kopfschuss. Kopfschuss, hab ich gesagt. Der kann... Ey, der kann überhaupt nichts erklären. Der kann gar nichts. Weder mit seiner Waffe umgehen, noch kann der irgendwas anderes. Jetzt macht der Quickie wenigstens. Macht das jetzt wenigstens gescheit, ja? Trifft zu 75%. Na also. Und nochmal. Ich bin so viel besser als du. Oh ja, das ist er. Muss man schon sagen, weil wenn man bei so einer... Wenn man da nicht trifft, naja, also ich weiß auch nicht. Ich weiß... Kann er nochmal? Kannst du nochmal? Nee, kannst du nicht. Natürlich nicht. Was wird denn die Kacke? Zeit es anzugehen. Das ist ja schlimmer wie Schach. Kannst du da her? Schau mal, dass du da her gehst. Und jetzt knall den Drecksack. Der kann überhaupt nichts, der Kerl. Der kann gar nichts, ne? Also wirklich. Ja, Boss? Ja, bitte. Und du treffst bitte. Ach komm, einen noch. Mensch. Kann er nicht treten? Er muss doch treten können. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich gleich verrecken. Schaffst du das? Trifft zu 50%. Trifft zu 70%. Trifft zu 60%. Trifft zu 75%. Es ist nichts Persönliches. So möchte ich das. Alle Igner sind tot. Du hast gesiegt. So will ich das. So will ich das. Wir seht ihr Gegner 2. Der Babo. Toll. So will ich das. Bis 20under. Diesérience Turns Handisch. Speiser K hoping. Vielen Dank.